Hallo, ich sehe das nicht als eine Marketingmanipulation an und ich weiß, dass jeder versucht, mich davon zu überzeugen, dass wenn ich Produkte mit Parabenen entsprechend nehme, davon krank werde. Auf der anderen Seite natürlich Produkte ohne Parabenen entsprechend gesund bleibe. Für mich ist es ganz klar eine reine Kopfsache. Es gibt einfach nichts Ungesundes an Parabenen zu sagen. Viele Sicherheitsbewertungen von Parabenen kamen letztendlich zu dem Entschluss, dass Kosmetik mit Parabenen kein gesundheitliches Risiko darstellt. Die Cosmetic Ingredient Review, kurz vorm CIR, bewertet die Sicherheit von Mötilparaben, Propylparaben, aber auch Boutilparaben in 1984 und beschlossen damit auch entsprechend die Stoffe für die Verwendung innerhalb der kosmetischen Produkten in Konzentration von bis zu 25%. Typischerweise werden aber die Parabenen im Bereich von 0,01 bis 0,3% entsprechend verwendet. FDA glaubt, dass es in der heutigen Zeit keinen Grund mehr dafür gibt, für die Verbraucher über die Verwendung von Kosmetikprodukten mit Parabenen entsprechend anzuzweifeln. Vielen Dank.